Du hältst dich für einen besseren Fußballer als Messi? Dein Adlerauge verleiht dir eine ungeheure Präzision. Dann habe ich ein Wort für dich. Aber auch wenn du weder die Skills noch die Seeweite hast, wird dir hier der eine oder andere Freudensprung entkommen. Alleine spielen ist okay, aber mit Freunden wird es umso ulkiger. Außer mit denen, die sind blöd. Wenn du nur gerne isst, trinkst und dabei anderen Leuten am Scheitern zu sein möchtest, kannst du hier nichts falsch machen. Auch die 1% und euch, die gerne an Gras riechen, weil sie davon high werden, sind hier wie jeder andere goldrichtig. Aber genug geplappert. Lasst uns eine Runde spielen. Die Runde spielen. Die Runde spielen. Die Runde spielen. Die Runde spielen, trocken daintes Luftgeuse. Die Runde spielen. Die Runde spielen können, gleich durchführen. Die Runde anime- Langanisch пер bodyguieren, weil sie in eins in euch ver今 n忍. Die Runde spillet. Die Runde spielen. Die Runde spielen. Gut, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Christoph und dem ganzen Zockergolf-Flockerau-Team für die Einladung. Wenn ihr mal die Chance habt, wenn ihr näher seid, auf jeden Fall vorbeischauen. Link zur Website ist in der Beschreibung. Video-Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und teilen vor allem. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.